Musik Bei diesem vierten Baustein drehen sich die Experimente rund um das Thema Tinte. Die Schülerinnen und Schüler erforschen die chemischen Eigenschaften von Tinte und setzen sich dabei intensiv mit dem Thema chemische Reaktionen auseinander. Sie üben in besonderem Maße bei diesem Baustein das problemorientierte und forschende Lernen. Wir starten nun mit einem Impulsexperiment, bei dem der Farbstoff von königsblauer Tinte genauer erforscht werden soll. Musik Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Arbeitsblatt mit dem Forscherauftrag, untersucht eine Reaktion mit blauer Tinte. Dazu eine Materialliste. Wir haben hier zwei kleine Gefäße, ca. 40 Milliliter. Hier haben wir Zitronensaft. Man kann auch 5%ige Zitronensäure nehmen. Dazu blaue Tinte mit dem Farbstoff Königsblau. Statt diesem Fässchen kann man natürlich auch eine offene Patrone verwenden und daraus dann die Tinte tropfen. Ich benötige außerdem warmes Wasser. Nach Versuchsanleitung füllen die Schülerinnen und Schüler die Gefäße zur Hälfte mit Wasser. Das Wasser ist warm und es sollte möglichst kalkhaltig sein. Sie können sich vorab im Internet informieren bei Ihrem Wasseranbieter, ob wie hoch der Kalkgehalt ist. Falls zu wenig Kalk im Wasser ist, dann kann man das Wasser über Nacht zum Beispiel über Eierschalen oder Marmorkies stehen lassen und es so mit Kalk anreichern. In jedes dieser Bechergläser, in dieser Gläschen, kommt nun außerdem ein Tropfen Tinte. Dann werden die Gläser kurz geschüttelt, sodass sich die Flüssigkeit mit der Tinte mischt und nun lasse ich das Ganze 5 Minuten stehen. So, je nach Kalkgehalt und Temperatur des Wassers entfärbt sich dieses eben schneller oder langsamer. Hier ist jetzt nur noch ein ganz leichter Blaustich zu sehen. Auf jeden Fall nach 5 Minuten laut Anleitungen sollen die Schülerinnen und Schüler 4 Tropfen Zitronensaft in eins der beiden Gläser geben und beobachten. Und was man jetzt sehr schön sehen kann, ist, dass die blaue Farbe wieder erscheint. Man kann hier auch so zwei Phasen erkennen, bevor man schüttelt. Wenn ich das jetzt mische, dann habe ich wieder die Anfangsfarbe. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln nun anhand ihrer Beobachtung eine eigene Forscherfrage, die sie mit einem Experiment beantworten. Ich will nur einige mögliche Fragen nennen. Funktioniert das Experiment auch mit kaltem Wasser? Entfärbt sich da die Tinte genauso wie im warmen Wasser? Wäre eine Möglichkeit. Die Schülerinnen und Schüler könnten testen, ob andere Stoffe dazu führen, dass die Farbe der Tinte wieder erscheint. Ob das jetzt Seife ist, Natron, irgendwelche Stoffe, die eben den Schülerinnen und Schülern bekannt sind. Man kann es auch spezieller machen und zu schauen, sind es vielleicht die Säuren, die dazu führen, dass die Tintenfarbe wieder erscheint. Und als letztes können natürlich auch andersfarbige Tinten getestet werden. Grüne Tinte, rote Tinte, entfärben auch diese Tinten sich in dem warmen Wasser. Unter den Kopiervorlagen finden Sie ein allgemeines Protokoll, das bei diesem Experiment als Vorlage verwendet werden kann. Und ich möchte Ihnen schon noch einige Antworten auf die Forscherfragen geben, die ich eben angeregt habe. Also das Experiment funktioniert auch mit kaltem Wasser. Es dauert nur länger, bis die Tinte sich entfärbt. Und wenn die Schülerinnen und Schüler statt Zitronensaft andere Stoffe verwenden, werden sie feststellen, dass tatsächlich alle Säuren dazu führen, dass die Tinte wieder erscheint, die Tintenfarbe. Und zum Schluss, wenn Sie andersfarbige Tinten in grün oder rot verwenden, dann muss das einfach getestet werden, da sich da die Rezepturen auch unterschiedlich sind. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Experiment wert, ob es auch bei anderen Farben funktioniert. Für dieses Impulsexperiment benötigen Sie eine Doppelstunde. Die Schülerinnen und Schüler lernen eine Reaktion kennen nach Anleitung und planen anschließend ein eigenes Experiment basierend auf ihrer Forscherfrage, die sich aus dem Experiment ergibt. Wir knüpfen an die Rahmenpläne an, vor allen Dingen mit dem Thema chemische Reaktionen, wofür sich dieses Impulsexperiment sehr gut eignet als Einführung. Es geht um die Umwandlung von Stoffen und auch das Thema Farbigkeit und Licht wird behandelt. Bei diesem Impulsexperiment setzen sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit der chemischen Reaktion auseinander. Sie beobachten zunächst, dass die blaue Tinte farblos wird und könnten jetzt natürlich darauf schließen, dass die Tinte selber verschwindet. Nach dem Basiskonzept auf der Welt geht nichts verloren, kann dies aber nicht sein. Und Sie machen durch die Zugabe von Zitronensaft sichtbar, dass der Farbstoff tatsächlich noch vorhanden war. Er hatte zwischendurch die Farbe farblos angenommen. Ja, außerdem haben wir die chemische Reaktion, das heißt, wir können hier das Basiskonzept Dinge beeinflussen, sich gegenseitig anwenden. In dem warmen Wasser ist ein Stoff, der bewirkt, dass die Tinte ihre Farbe verliert. Und in dem Zitronensaft wiederum muss ein Stoff sein, der dazu führt, dass die Tinte wieder blau wird. Musik 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 Musik